Wie gehe ich vor, wenn ich das Projekt- und Multiprojektmanagement in meiner Organisation aufbauen und verbessern will? Zu den Aufgaben eines Project Management Office, oder auch kurz PMO, haben wir bereits eine Playlist mit einigen Kurzfirmen gemacht. Jetzt soll es endlich darum gehen, wie ich beim Aufbau eines PMO oder eben bei der Entwicklung und Einführung von Projekt- und Projektportfolio-Management vorgehen kann. Bei der Entwicklung und Einführung von Projekt- und Multiprojektmanagement handelt es sich letztlich um ein Organisationsprojekt. Es soll erreicht werden, dass morgen die Führungskräfte und Mitarbeitenden auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten als noch heute. Eben projektorientiert. Eine zusätzliche projektorientierte Führungs- und Koordinationsstruktur soll eingerichtet werden. Wie kriegt man so etwas hin? Wie man hier idealtypisch vorgehen kann und welche Aufgaben bei einem solchen Veränderungs- oder auch Transformationsprozess zu gewertigen sind, lässt sich aufzeigen. Die Vorgehensweise kann dann entweder in einem planbasierten oder auch in einer agilen Arbeitsweise erfolgen. Schauen wir uns die Aufgaben einmal an. Die Auftragsklärung. Hintergründe, Motivation und Projektziele klären. Die Standortbestimmung und Sternenschwächenanalyse. Was funktioniert bereits jetzt gut? Was fehlt und muss aufgebaut werden? Hier besonders wichtig die Art und Weise der Standortbestimmung. Sollen zum Beispiel Workshops, Befragungen oder auch eine Reifegradbestimmung erfolgen? Wie das geht, das schauen wir uns in einem weiteren Video einmal an. Die Konzeptionsphase. Welche Themen- und Aufgabenfelder des Projekt- und Multiprojektmanagements sollen aufgebaut oder neu gestaltet werden? Die schrittweise Umsetzung mit einer hohen Einbindung der Beteiligten. In welcher Reihenfolge und auf welche Art und Weise sollen die einzelnen Themenfelder des Projekt- und Multiprojektmanagements erarbeitet und erprobt werden? Hier können planbasierte wie auch agile Arbeitsformen zum Einsatz kommen. Nun erfolgt die Einführung und Breitenanwendung, die Qualifizierung und das Coaching. Und zuletzt die Stabilisierungsphase. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Praktiken des Projekt- und Projektportfolio-Managements. Das war jetzt nur eine grobe Übersicht. Wie solche Einführungsprojekte zum Projekt- und Multiprojektmanagement im Detail gestaltet werden können, ist hier in diesem Buch ausführlich beschrieben. Im nächsten Video schauen wir uns einmal an, wie eine Reifegradbestimmung für das Projekt- und Projektportfolio-Management durchgeführt werden kann. Mein Name ist Andreas Frick. Viel Erfolg in Ihren Projekten! Das Projektforum. Wir machen Deutschland fit für die Projektwirtschaft.